Guten Tag! Bevor ich mich näher vorstelle, möchte ich Ihnen einen kleinen Vorgeschmack aus meinem Unterricht geben. Die Studentin hat das Stück selbst komponiert und eingespielt. Mein Name ist Juliane Brandes. Ich bin Musiktheorie-Professorin hier an der Universität Mozarteum seit dem 1. Oktober. Zuvor habe ich zwei Jahre hier auch als Senior Lecturer gearbeitet und wenn Sie vielleicht neugierig geworden sind, was wir in unserem Unterricht so machen, dann besuchen Sie doch mal den Kanal auf YouTube Musiktheorie am Mozarteum oder unsere Satzlehre-Konzerte. Die Termine finden Sie im Veranstaltungskalender. Für meinen Unterricht zentral ist das Komponieren in verschiedenen Stilen. Hierfür muss man nicht nur wissenschaftliche, sondern auch künstlerische Expertise mitbringen. Ein entsprechendes Feingefühl und ein geschultes Ohr. Das wiederum an Studierende und Musikinteressierte zu vermitteln, macht mir großen Spaß. Für weitere Informationen schauen Sie bitte einfach auf den Text in der Videobeschreibung oder besuchen Sie doch auch einmal unsere Satzlehre-Konzerte. Diese sind im Veranstaltungskalender ausgeschrieben. Vielen Dank! Musik und andere Künste und die freie Natur Das Fach an alle zu unterrichten Musikunterrichten und musikalisches Handwerk Wissenschaftlich und künstlerisch Mozart Musikwtwo Musik interнogischer Musik Musik Musik